Wir haben kurz einen Überblick bekommen, was überhaupt Metadaten sind. Jetzt schauen wir uns mal an, wie wir diese Metadaten bearbeiten können. Also das Bearbeiten der Metadaten passiert natürlich in verschiedenen Momenten. Also beginnen wir mal mit dem Fall Nummer 1. Wir laden mal ein Dokument hoch. Ich lade jetzt zum Beispiel die Rechnung Nummer 4 hoch. Und wir sehen, die Übersicht, die hat sich ein bisschen geändert. Also ich habe jetzt eben nicht nur die Möglichkeit, ein Dokument hochzuladen, sondern SharePoint fragt mich jetzt auch nach den Metadaten. Und wir sehen hier, dass Metadaten von uns ausgefüllt werden können. Also wir sehen hier, wir können 04 2014 sagen. Wir wissen, dass die Rechnung Nummer 4 700 Euro ausmacht und dass diese noch nicht bezahlt worden ist. Wir sehen, dass gewisse Metadaten von uns verpflichtend verlangt werden, wie hier zum Beispiel die Nummer unter Betrag. Und andere, die sind jetzt nicht verpflichtend. Wir füllen das aus und drücken auf Speichern. Und wir sehen, dass jetzt das Dokument hochgeladen worden ist und die Metadaten von vornherein schon ausgefüllt worden sind. Das ist mal eine Möglichkeit, Metadaten zu befüllen. Die andere ist, nehmen wir an, wir haben jetzt einen Fehler gemacht und wir möchten von einem Dokument oder von einem Element Metadaten bearbeiten. Wie mache ich denn das? Also ich wähle jetzt hier das Dokument aus und die Ribbon Bar Leiste bietet mir wieder die Möglichkeiten an, die ich zur Verfügung habe. Und wir haben hier das Dokumenten bearbeiten. Das machen wir aber nicht, sondern es geht darum, jetzt die Metadaten, die Dokumenteigenschaften zu bearbeiten. Und das haben wir hier auf der rechten Seite. Eigenschaften bearbeiten. Drücken wir mal doch rauf. Und wir sehen, wir haben dieselbe Maske vom Vorhin und ich kann jetzt wieder mit dem Bearbeiten beginnen. Also wir haben gesagt, ja 700 Euro waren es. Nein, das war jetzt ein Fehler. Lasst uns doch hier 980 Euro schreiben. Ich drücke hier auf Speichern. Unser Wert wurde geändert und gleichzeitig hier auch die Uhrzeit, wenn das zuletzt bearbeitet worden ist. Wie wir sehen, mit dem Dokument hinzufügen, werden wir schon Metadaten zur Auswahl angeboten. Und wenn ich jetzt was bearbeiten möchte, dann gehe ich hier auf Eigenschaften bearbeiten in der Ribbon Bar Leiste. Und da, Untertitelung des ZDF, 2020